Oida, was geht ab Leute, Hong hier. Mit einer weiteren Folge, Hong Reacts. Und in dieser Folge, erreiche ich Level 30. Los geht's! Also, wir müssen den Song wieder mal überspringen. Oida, was geht ab Leute, Hong hier. Wieder Tati am Start. Alex kommt auch später. Beziehungsweise ist er schon da. Heute schön wir Bodoplatz nur. So ist es. Ein schöner Bodoplatz. Ich will versuchen gleich auf Level 30 zu kommen. Die Jungs haben hier gewettgelaufen. Mal schauen, wer da mehr Verpackungsplätze kommt. Ah, die ist auch gar nicht zu Ende. Schauen wir mal, was da alles so passiert beim Bodoplatz. Genau, Level 30. Wollte ich... Das ist der Sonntag, bevor die Uni wieder angefangen hat. Also, Uni fängt am Montag an. Es geht ja wieder ab hier. Voll ab, oder? Oida! Alter! Was geht denn da ab? Pokémon ist nicht tot, man. Pokémon ist echt nicht tot. Ich wollte Level 30 Uhr Uni beginnen. Also, bevor das Semester wieder angefangen hat. War ein Glück sein. Es waren auch noch... Es waren 10 Leute oder so da. Es ist Sonntag, glaube ich. Und am Montag... Noch einmal... Drei... 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 Drei Wappenbübel noch bekommen. Und eine halbe Stunde, zack, Applaus. Nach der Arbeit. So... Da war das... Halb zwölf, oder? Fünf der Semester. Ende vierter Semester so zukommen. Dann kann ich ja jetzt... Heute endlich loslegen. Das war so der krasse Sommer. Vorgestern... Ein bisschen Pause machen, oder was? Weil ich sonst noch über 30 gekommen wäre. Wie viele Punkte hast du? Wie viele noch? Viertausend oder so. Viertausend? Jetzt kriegst du ja locker. Eben. Ich hätte es auf Freitag auch schon geschafft. Ja klar. Und du hast dann eine Woche dann gepackt, gell? Ne. Barisch so, ich brauch sicher zwei Wochen oder so. Barisch braucht zwei Wochen. Barisch braucht sicher vier Wochen. Ja, ich bin ja auch als Level 29. Bist du jetzt geworden schon? Bin ich schon geworden, ja. Schlecht. Und ich bin... meinem Ziel auf 31 echt wiedergekommen. Also meine... Du musst Punkte sammeln für die Wette. Ja. Also ich schaffe safe... Ich schaffe safe 31. Safe. Hab ich mir alles auch schon gesagt. Ich hab ihm Angst gemacht. Und Alex hat keine Chance mehr. Er wird die Händnis, glaube ich. Ich habe seine Motivation gesehen, man. Wir waren mal Hollow Park. Ja. Es waren so... Random auf einmal drei Lockmodule an. Ja. Er wollte nicht dorthin gehen. Echt jetzt? Ja. Er wollte weiter mal Hollows, ja. Egal. Da habe ich direkt gesehen, er wird es niemand schaffen. Keine Motivation hat der Junge. Schafft er auch nicht. Ich bin einfach ein zu krasser Gegner, oder? Für die Leute. Das hat die echt krasser Gegner. Ja. 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 Kann ich 13 Kilometer Eier wieder machen. Hast du welche? Ja. Keine Sternstücke. Das gab es damals noch nicht. Ja. Ich frage mich, wenn man jetzt neue Level erreicht, ob es da neue Sachen gibt. Ich weiß. Es gibt jetzt Ananas. Früher gab es keine Ananas. Aber... Ob es auch so Sternenstücke gibt? Mein Gott. Es kommt nichts. Was ist da los? Da war doch gerade ein Flagmon. Oder hast du das schon? Nee. Das haben wir nicht bekommen. Ich bin gerade da ein Flagmon eingegangen. Ja. Da ist es. Flagmon Tentacher. Tentacher? Tentacher wird das. Tentacher wird mein... Hast doch ein Pokémon und alle Freestops einsammeln. Da hast du es auch, oder? Die Stops sind 200. Oh mein Gott. Da hättest du so viele Stops einsammeln müssen. Kein Problem. Das ist das letzte, oder? Oh mein Gott. Tentacher wird mein Latsch. Nee, bisschen über 200. Einen Stopp noch danach oder sowas. Und? Oh mein Gott. Da bleibt nicht Wind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Männlich. Hast du das gehört? 10 Kilometer weniger. Er wird 30. Vielleicht soll es doch lieber der Nidoran werden, ne? Oh mein Gott. Alter, exzellent. So. Schau mir nochmal die Leute an. Oh mein Gott. Nidoran männlich. Er wird es vielleicht. Er wird es, oder? Hast du es schon? Nee, ich hab... Er hat es nicht geworfen. Der bist du jetzt, oder? Oh mein Gott. 30. Was wer im Halbstahl? Krassen Geschenke. Oh mein. Okay, das ist die Angel. Okay, Baruch sagt zu, du schaffst es nicht in einer Woche. Er hat es locker geschafft. Du hast es schon am Freitag. Ja, Mann. Baruch ist es für dich, Mann. Du schaffst es vielleicht nicht, aber er hat Hunger auf jeden Fall. Baruch schafft es sicher nicht, Mann. Ja, Mann. Er ist ernst schlecht geworden. Der Eier hat irgendwo... Wo Eier hat er... 28, Mann. Ja, das ist eigentlich gar nicht so groß. 28 Jens, glaube ich. 28, das ist ja ewig lang her. Ja, Mann, schon. Und er war... Er war so einer der großkönigsten. War der krasseste, ja, Mann. Ja, er lässt gerne mal. Okay. Er hat nicht so viel Motivation. Eier anmachen hier. Nee, nee, nee. Das ist falsch. Falsch. Damals die Eier waren noch nicht farblich unterschieden. Start an Incubation. Oh, yes. Oh, yes. Level 30, Leute. Ich habe noch nicht in Quotage, wann ihr Level 30 gewonnen seid. Oh, yes. Wie lange es gedauert hat. Ich habe gerade so wen... Erkennen können, aber... Da ist es nicht gut, Mann. Okay, ich habe zu viele Items jetzt, Mann. Richtig. 618. Ich habe... 68 zu viel über meinem Ding. Sortiment. Ja, aber die hast du ja reinbekommen. Ja, ja, aber... Das kannst du nicht so nehmen. Aber jetzt konnte man... Aber trotzdem noch Stop-Screen. Ich weiß nicht, was ich ausmisten soll. Trotz... Einer... Du darfst dir vergessen. Du hast allein schon 30 Ding bekommen. 30 Schümmerbälle. Du misst halt deine Tränke aus, oder brauchst du die? Ich bin krasser Arena-Kämpfer, Mann. Echt jetzt? Damals habe ich die Tränke echt gebaut, aber... Da hatte ich noch nichts zu strategieren. Alles jetzt. Das war dein Fett, das Entogon aufgetaucht. Bei mir 1,8. Bei mir 1,7. Irgendwas. 1,7. Fahr mal. Gleich überfallen. Entogon. Nee. Aber ja, damals... Wo ist die Entogon? Ist sie? Wenn man noch gut der Schatten hat, dann kann man ihn so in den Kampf einsetzen. Ich weiß egal, ob der Dokument auch so gut ist. Ihr wisst, ich push nicht. Also der könnte sogar in meinen Top 5 sein. Hydro-Pumpe. Oh! Und was noch? Konfusion. Ja, das passt schon bei dir. Hydro-Pumpe. Oh mein Gott, der will so... Der will so eine Krim sein. Schauen wir mal. Combat Power. Mein Gott. Ich hab 6... Nein, nein. Ich hab schon einen stärkeres Entogon. Echt? Mein 7 stärkstes Pokémon. Seht ihr meine 7 stärkste Pokémon? Was heißt Goldlack? Ja, genau. Wie so eine Entogon? Ach so heißt es auch? Ja. Oh mein Gott, der will nicht gleich drin bleiben. Goldlack, Mann. Mit Lack. Oh mein Gott. Tati macht den Funk-Trick. Er hat den gleich verkleinert. Und dann gewartet. Tati ist der erste Mensch, der den Funk-Trick erfunden hat. Seht ihr es? Na, super Ball. Tati ist... Ein Jahr. Eineinhalb Jahre. Voraus. Ja, okay. Ein Jahr. Dann gibt's hier fast nicht schon. Oh mein Gott. Mal ein siebter oder achter Ballstand. Ja. Hat irgendwie immer aufgewirbelt. Bei ihm ist immer der Struggle. Das ist Pokéball. Kann wohl das Struggle. Ich glaube, wirft doch einen Überballen vor. Seht ihr, Funk-Trick. Also die Beta-Ware. Der Prototyp von Funk-Trick. Der Kampf geht weiter, Mann. Der Kampf geht ein bisschen zu dann, oder? Der Kampf geht ein bisschen zu dann, oder? Der Kampf geht ein bisschen zu dann, oder? Der Kampf geht ein bisschen zu dann. Aber Überball ist immer nicht wert, Mann. Der Kampf geht ein bisschen zu dann. Aber Überball ist immer nicht wert, Mann. Ich habe keine Angst vor dir. Ich weiß, welches Level ich schaffe bis dahin. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe keine Angst vor dir. Und sogar am Ende, nach dieser Wette, habe ich ernst viele Puppen. Aber krasse. Also, da habe ich drei Satzienien, drei Gifloss, Lamos ohne Ende, aber gute. Okay, gut, ey. Keine schlechte. Gut, wie hörst du dich? Kann man gewonnen, oder was? Der ist ja hier auf Platz 1. Oh, ein Pokégon. Wir haben hier einen Pokégon in der Nähe. Ich habe noch keinen. Ich habe einmal einen gesehen, aber der ist geflohen. Den versuchen wir jetzt mal zu suchen. Richtig cool. Damals selten. Oh mein Gott, eyra. Jetzt kommt die so, es geht nicht mehr. Oh mein Gott. Ah, ne, doch, es geht nicht mehr. Es geht. Er hat eine verrückte Map. Die Leute wissen uns anscheinend. Das war jetzt keine normale Map. Ich habe es damals nicht. Das war eine Spawn-Pumpe-Map. Wie hieß du das? Leute, bewegen sich ohne irgendeine Ahnung zu haben. Ja doch. Schau, siehst du die Fragezeichen? Ja. Bei jedem Fragezeichen ist ein Pokémon. Ja. Es sind aber wenige Fragezeichen. Ja, deswegen ist es hier gut zu uns. Es können nicht viele Leute fragen kommen. Entweder da vorne links oder da vorne rechts. Ich glaube, es ist da vorne links. Ja, damals war es schwierig. Guck mal wie man in der Nähe gezeigt hat. Doch, doch, bei mir schon. Ja, es ging nicht. Also, das Einzige, was man damals echt machen konnte, ist... Du kannst eigentlich spielen ohne Internet. Ohne Dimi oder Jahan. Ich habe mir ein neues Internetcode. Oh. Es ist echt einfach dumm herumlaufen. Und auf gut Glück hoffen. Wir müssen es aufteilen. Geh nach rechts, Tati. Wir gehen nach links. Das ist hier, oder? Nein. Ich glaube, es ist noch auf dem Anomnier-Ball. Nein. Bei mir auch nicht. Ich glaube, es ist auf der anderen Seite. Dann ist es auf der anderen Seite. Oder ist es weg? Nein. Es kann nicht weg sein. Es ist doch gerade aufgetaucht. Es ist nicht zu müde. Das ist ein Struggle. Ja, man ist auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ist es bei dir wieder da? Ja. Okay, bei mir wird es jetzt auch mal gezeigt. Ja. Okay. Borygon. Okay, dann kann es nur da sein. Damals Theorien, das ist bei... Ja. Dann kann es nur da sein. Wir haben ja einen Auftrag. Nein, geradeaus. Was? Da ungefähr bei der Apotheke. Gehen da auch alle hin? Oh mein Gott, es ist rot. Kein Kommentar. Ja. Oh mein Gott. Was ich nicht gemeint habe. Ich war in einer LV10erin. Ich war der unterste. Ja, ja. Mit 2000. Einer hat dich rausgekickt. Dann ist einer in der einen gegangen. Ja, ja. Wie funktioniert das? Wie passt das denn? Wohin gehen wir überhaupt? Wohin gehen wir überhaupt? Da gehen doch auch alle hin. Da ist irgendwo... Wahrscheinlich ist es der Spot hier rechts um die Ecke. Da wo Slimer und immer so waren, Mann. Oh mein Gott. Waren hier Slimers? Ja, da waren Slimer hier. Da warst du nicht dabei. Nein, da war ich mit Baris hier. Stimmt. Oh mein Gott, wie die ohne mich gehen. Aber echt, Mann. Das war schon ewig lang her, Mann. Und zweitens, mit Baris würde ich echt nie wieder auf die Jagd gehen. Da warst du auch nicht so süchtig, Mann. Ich würde echt nie wieder mit Baris allein auf die Jagd gehen. Was er letztens abgezogen hat, geht gar nicht. Aber echt, Mann. Echt voll die linke Gatte, Mann. Richtig hat er gemacht. Viel zu weit weg. Was hat er gemacht? Ja. Dafür, dass es der Hinz schon angezeigt wurde. 200 Meter, Mann. Das ist viel zu weit... Schau mal, das nächste Bucke... Das nächste Bucke... Wo du hingebierst, ist sie hier. Das ist nicht mehr bei Zeitlings, Mann. Das kann es nicht sein. Ja, geh in die andere Richtung. Hat mich allein gelassen. Dann... Du sollst sonst sein. Wir haben doch schon alles geschaut. Hier links. Ja. Da links oder nach rechts? Links. Da links. Ja? Keine Ahnung. Da hinten ist zu weit. Hier ist es sicher nicht mehr. Wenn er da hinten ist, hätten uns... Moment. Wenn er da hinten ist, wäre er uns... Das wäre uns nicht mehr angezeigt worden. Fukanos aber dann nach rechts wahrscheinlich. Ja, ja. Beim Hypopack, aber das... Komm, müssen wir mal... Oh mein Gott. Polygon, Fukanos. Polygon, Fukanos. Ja, das Schaffee über die Beine. Ja, das ist voll schönes Wetter, man. Heute geht's älter. Ja, irgendwo... Da hinten sagt er. Endlich, ja. Ist es da mit dir? Nein, da vorne ist es. Okay. Okay. Aber gleich habe ich es. Morgen hat es vielleicht sein erstes. Yes. Ich bin mit Outcentern. Ich habe dann mal ein zweites. Danke. Jo, danke. Und dann abbringst du mal an Happe, den nicht handelt. Das ist ein Fukanos. Ja, das ist ein Fukanos. Ja, das ist ein Fukanos. Das ist ein Fukanos. Ja, das ist ein Fukanos. Ja, das ist ein Fukanos. Ja, das ist ein Fukanos. Und? Also bei mir ist noch nichts. Ja, komm, das ist ein Fukanos. Die stehen ja auch noch weiter weg. Ja, das müssen wir so. Ja, da wissen wir noch nichts. Ja, da wissen wir noch nichts. Aber das ist schon ein bisschen endschlecht, man. Na, warum denn? Kannst du nicht alles wieder... Ich weiß nicht, das war eigentlich cool, diese Suche. Aber... Es war halt echt. Ja, ne. Okay, ja, ich hab ja... Unglückt. Oh mein Gott. Nein. 662. Muss immer ein bisschen weiter gehen. Das ist... Die brauchen echt ein Tracker-System. Hey, man... Hon, wann willst du immer ein neues Handy an? Oh mein Gott, da ist es ja. Da ist es. Nie. Was ist bei dir? Nie. Wann kannst du denn ein neues Handy an? Nie, man. Oh mein Gott. So, wenn alles funktioniert. Okay, bei mich hab's gefahren. Man kann telefonieren. Wie was? Wie kann. Echt jetzt? Du verschwendest gleich die Hyperballer, hast du oder was? Ja, Mann. Was? Bärge, Hyperball, alles, Mann. Ich werde nicht schon da. Der kickt alles von mir, Mann. Aber echt. Hast du's gefangen? Ich glaube jetzt. Ja, los geht's zum Fugadens. Ja, los geht's zum Fugadens. Ich hab's aufgefahren. Das ist der Gipropack, aber... Wird den nachher bestärken? Ja. Ich erinnere mich. Alex und jemanden getroffen. Ich hab' auch mit dem mit dem Matsch. Ja, wir warten das auf jeden Fall. Aber tatsächlich kannst du's vielleicht nicht. Wir waren hier gerade beim Fulkano Park. Auf der Suche nach einem. Er kennt ihr ja den Fulkano Park. War kein Erfolg? Nee, kein Erfolg. Das zweite Mal, dass wir hierher gekommen sind und nicht so pront ist. Keine Ahnung. Ich hoffe, ja. Es ist echt ne Stunde hier zu warten wegen einem Fulkano. Bleib schon ein bisschen heftig. Ja. Wir brauchen mal ein paar... Wir haben ein paar andere Fulkano-Spots vielleicht entdeckt. Ja. Vielleicht schauen wir da mal vorbei. Ja, Mann. Vielleicht schaffen wir das. Haben wir das? Nehmen wir. Die nächste Woche oder so. Schauen wir mal. Erhan kennt sich schon aus, Mann. Oh mein Gott, Alex. Ja, der Ratte war. Oh mein Gott. Ich war sogar auf alles. Du hast gestern noch gesagt, du warst auf Bordeauxplatz kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weil was? Oh mein Gott. 29 plus 2 ist 31, oder? Darf ich mich kurz erklären? Ich? Ich wollte... 31. Richtig, 31. Achso. Aber dann hat er geschrieben, kommst du mit Juicen. Der schreit doch nicht, Mann. 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 Der schreit doch nicht so. Der schreit doch nicht, Mann. Der schreit doch nicht. Ja, weil er meinte, du bist bei deinem Onkel oder so. Ja, und dann? Alter, relax am Bordeauxplatz. Und dann... So ein Scheiß. Ja, ohne Scheiß. Warte, ich hab Informationen. Er hat Informationen. Und dann? Dann wollte ich dich rufen, aber dann warst du um diese Woche. Oh mein Gott. Dann dachte ich mir, komm, wir sind Juicy. Lass mal Bordeauxplatz gehen, vielleicht sehen wir Tati und Hong. Und dann sehe ich dich. Skalab, Jungs. Ich weiß, wenn ich gerade... Digga, heute ist ich ernst. Ich weiß, wen ich noch gesehen habe. Wer? Theo, Mann. Wer ist Theo? Ja, er landet. Ah, ja. Alex... Gib mal vor, wenn ich nicht kenne. Ich mache kein Akku mehr. Oh mein Gott. Eine kleine... Hättest du auch bekommen von... Äh... Seiden und jagen... Die sind zwei Freunde. Also... Ich hab mein Handy zum Einschicken gemacht. Der, der neben Alex steht... Erhan... Und Alex... TBT Realtalk, oder? Die sind keine Freunde mehr. Na, Spaß. Na, Hong. Ah, du bist hier O2, ja? Schade. Ah, ich arbeite wirklich. Pass auf, Mann. Er hat eben auch gar nicht die verrückten Sachen angedreht. Bruder. Du nicht vor Kamera, Mann. Ohne Witz? Ja, und Dratini. Und Dratini. Und Dratini. Und Dratini. Ja, ernst geil. Und Aufschluss. Oh. Oh, Moment. So. Ja, wo soll denn... Was soll denn das Blut verdienen? Wo, wo? So, ich fange einfach alles mit Ding, Mann. Alles mit Plus, Alter. Du bist das Beste. Bei so einem niedrigen Level ist das auch kein Problem. Aber echt bei 100... Wo, ho, 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 ho. Aber bei 580 muss man schon den Hüferball benutzen, Leute. Oh mein Gott, die Shots feiert, Leute. Von Hong-Wall. Warte, warte, schau, die Uhr. Der Tatsch, okay? Bam, der hat den gesehen. Schau, ich hab nur 137 Bomben. Was ist denn für ein Scheiß? Ja, 172. Sehr geil. So. Damals war es echt chillig. Einfach so. Schau, danke für die ganzen Informationen. Geht auf員, Leute. Ich weiß Bescheid. Gerne, gerne. Wenn ihr auf-aar-verträge wollt, othek auf Münchler Freiheit. Da werdet ihr nicht abgezogen. Aber ja, das gibt's... Solche Zeiten gibt es leider nicht mehr. Was ist viel lang da noch, ne? Es geht einfach nur noch um Effektivität. Viel viel viel. Say, die haben es da vielleicht. Sehr wahrscheinlich. Wände nutzen. Stopp, stopp, stopp. Bop, 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 bop. Komm, komm! Raiden, raiden, raiden. War wieder geil, Mann! Tati! das war's von uns wieder ich hab's endlich level 30 geschafft und die anderen haben ihre Wetter laufen, mal schauen wie die ausgehen wird, bleib dran um das herauszufinden ansonsten schreibt unten in die kommentare welches Level ihr seid und wir mal checkt unsere anderen Videos ab, liken, subscriben und abonnieren nicht vergessen, checkt unsere Facebookseite natürlich ab und vergesst nicht Pokemon is serious business, genau Facebook, Instagram und Twitter, folgt mir da, checkt die anderen Videos ab, immer liken, subscriben, kommentieren checkt die Shop ab, vergesst nicht, Pokemon is serious business